Liebe Studierende, willkommen zum dritten Podcast des Semesters. In diesem Podcast möchte ich folgende Themen in Vordergrund setzen. Erstens die Kondensatoren, die als neues Schaltelement eingeführt wurden. Sie dienen als Ladungsträger und werden durch die Kapazität charakterisiert. Und zweitens die Arbeit im elektrischen Feld. Leiter und Isolatoren unterscheiden sich rein phänomenologisch dadurch, dass im einen die Ladungen leicht verschiebbar sind, im anderen aber festsitzen. Die Ladungen verrutschen auf dem Leiter von alleine, sodass sie sich bei geladenen metallischen Körpern auf deren Oberfläche befinden. Anders gesagt, versuchen die Ladungen aufgrund deren abstoßenden Wechselwirkung möglichst weit entfernt sich zueinander zu verteilen. Somit minimieren sie ihre gegenseitige coulombische Kraft. Es folgt, dass das elektrische Feld im Leiterninnern verschwindet. Das Innere eines Leiters ist stets feldfrei. Leere, metallumschlossene Ohlräume sind auch feldfrei. Durch Leiterfläche werden elektrostatische Felder abgeschirmt. Das heißt, dies entspricht dem Prinzip der Faraday-Käfig. Dies erklärt, warum im Betonbunker sowie im Straßentunnel kein Empfang von elektromagnetischen Wellen, das heißt Radio- oder TV-Signale, möglich ist. Die Feldlinien statischer elektrischer Felder stehen auf geladenen Leiteroberflächen senkrecht. Direkt an der Oberfläche eines Leiters ist die elektrische Feldstärke durch die dort vorhandenen Flächen Ladungsdichte gegeben. Die Fläche des Leiters ist gleichzeitig eine Äquipotentialfläche. Wir haben somit den Kondensator eingeführt, der ein Ladungsspeicher ist. Die Ladungsspeicherfähigkeit nennt man Kapazität C, definiert als Verhältnis zwischen Ladung Q und effektive Spannung U. Als Paradebeispiel eines Kondensators betrachtet man den Plattenkondensator. Die Kapazität des Plattenkondensators mit der Plattenfläche A und dem Plattenabstand L ist gleich dem Verhältnis zwischen Fläche A und Plattenabstand L. Ähnlich wie bei Widerständen lassen sich auch Schaltkreise mit Kondensatoren via den Kirchhoffschen Regeln behandeln. Wir können die Knoten- und Maschenregel für Schaltkreise mit Kondensatoren betrachten. Die Knotenregel, die wir bei Widerständen eingeführt hatten, wird einfach nach der Zeit integriert, so dass die Summe aller nach dem Einschalten der Batterie durch einen Knotenpunkt geflossene Ladungen verschwindet. Im Knotenpunkt werden weder Ladungen erzeugt, noch bleiben Ladungen in ihm stecken. In der Maschenregel ist jetzt der Spannungsabfall Strom mal Widerstand über den Widerstand durch den Spannungsabfall Ladung Q durch Kapazität C über dem Kondensator zu ersetzen, so dass die Summe der Batteriespannungen UI gleich der Summe der Spannungsabfälle bei den Kondensatoren ist. Wir betrachten jetzt die zwei typischen Schaltkreise. Für eine Serieschaltung von Kondensatoren kann man sofort sagen, dass ihre reziproken Kapazitäten sich zur reziproken Gesamtkapazität addieren. Für die Parallelschaltung lässt sich sofort sagen, dass ihre Kapazitäten sich zur Gesamtkapazität des Ersatzkondensators addieren. Für Kondensatoren erlebt man somit eine genaue umgekehrte Situation als bei Widerständen. Via der Diskussion des Ladevorgangs eines Kondensators stellten wir fest, dass die Ladung keineswegs sofort auf den Platten des Kondensators ist, nachdem man den Schalter umgelegt hat. Es dauert eine gewisse Zeit, bis ein Kondensator geladen ist. Tatsächlich erreicht man eine negative exponentielle Zeitabhängigkeit des Stroms im Schaltkreis. Dies war ein Hinweis, dass der Ladevorgang Energie kostet. Diese Energie liefert die Batterie. Zuerst haben wir die Arbeit im elektrischen Feld berechnet. Um die Kraftwirkungen eines elektrischen Feldes auf eine Ladung Q quantitativ zu erfassen, bedienen wir uns wieder des einfachen homogenen Feldes eines Plattenkondensators. Die Kraftwirkungen sind umso grösser, je grösser die Ladung Q und je stärker das Feld E ist. Die Kraft ist proportional zur Ladung Q und zum elektrischen Feld E, sodass die Kraft ist parallel zum elektrischen Feld, wenn die Ladung positiv ist. Die elektrische Feldstärke ist gleich der auf die Einheitsladung wirkenden Kraft. Bewegt man die Ladung mit einer äußeren Kraft im Feld gegen die Richtung der Feldlinien, muss man eine Arbeit Ladung Q mal Spannung U verrichten. Die Spannung U ist somit gleich der Arbeit, die man an einer Einheitsladung verrichten muss, um sie gegen diese Spannung zu bewegen. Mit diesen Erkenntnissen können wir die Energie des elektrischen Feldes selbst berechnen. Wir betrachten das Gedankenexperiment eines Feldaufbaus durch Transport von Ladungsportionen von der unteren zur oberen Platte. Ein einzelner solcher Schritt erfordert die Arbeit Spannung U mal Ladungsmenge Q. Alle Schritte zusammengenommen ergeben die Gesamtarbeit 1,5 mal Kapazität mal Spannung im Quadrat. Und mit der Kapazität des Plattenkondensators folgt, dass diese Arbeit direkt proportional zum elektrischen Feld im Quadrat mal Volumen, Fläche A mal Abstand L des Kondensators. Diese Gleichung ist allgemein gültig. Mit dem Experiment Kondensator-Treibmotor konnten wir feststellen, dass die Energie nötig zum Aufbau eines elektrischen Feldes im Feld selber gespeichert ist, sodass bei der Entladung des Kondensators, das heißt beim Abbau des elektrischen Feldes, wird diese Energie frei und lässt sich umwandeln und somit verwenden. Nächste Woche werden wir uns mit folgenden Themen beschäftigen. Wir werden die magnetischen Felder erzeugen und die Definition des magnetischen Flusses einführen. Dies erlaubt uns, die magnetische Induktion physikalisch zu verstehen. Das zweite wichtige Konzept der Woche wird das Durchflutungsgesetz sein, was wir als Pendant im Magnetismus zum Gauschensatz in der Elektrostatik verstehen können. Das Durchflutungsgesetz ist tatsächlich ein nützliches Instrument, um die magnetischen Felder zu berechnen. Schließlich werden wir die Lorenzkraft eine Kraft magnetischer Natur einführen. Ich freue mich auf die nächsten Vorlesungen mit Ihnen.